Guten Morgen, Frau Meier. Ich bin Pfleger Mustafa. Jetzt ist 8 Uhr, Frühstückzeit. Gucken Sie mal, es regnet gerade. Wie schön ist das? Hallo, sind Sie wach? Ich bin Pfleger Mustafa, Frau Meier. Gucken Sie mal, hier es regnet heute. Jetzt ist 8 Uhr, Frühstückzeit. Schön. Kommen Sie mit ins Tagesraum. Ja.